Hallo, ich bin Michael Augustin, ich bin Rechtsanwalt. Einer meiner Schwerpunkte ist schon immer die Gestaltung und der Entwurf von allgemeinen Geschäftsbedingungen, von Verträgen, die Beratung dazu, Prüfung von solchen Verträgen und auch die Verhandlung solcher Verträge. Und jetzt habe ich zu dem Thema harmonische Geschäftsbeziehungen ein E-Book geschrieben. Den Link dazu finden Sie unter dem Video. Da können Sie das kostenpflichtig runterladen. Mir geht es nämlich darum, Ihre Geschäftsbeziehungen zu verbessern und zwar auf harmonische Art und Weise und eben, dass es nicht zu Streit kommt bei den Sachen, die Sie da machen in Ihrem Unternehmen. Ich habe jetzt noch einen Tipp zu Ihrer Kunden- und Lieferantenkartei. Also Sie werden wahrscheinlich irgendeine Art von Datenbank führen, in der Sie Ihre Kunden, Ihre Auftraggeber aufgelistet haben, Ihre Lieferanten, Zuarbeiter, Dienstleister und so weiter. Und da werden Sie aufschreiben, welche Leistungen da beauftragt und geleistet wurden von Ihnen, wie Geld gezahlt wurde und so weiter. Und da würde ich Ihnen eben ein paar Tipps geben, was Sie dann noch in dieser Datei oder wie auch immer Datenbank festhalten können. Nämlich zum einen zum Beispiel, dass Sie sagen, dass Sie da festhalten, worauf legt der Vertragspartner besonderen Wert. Dass Sie das da einfach mal aufschreiben. Es wird wahrscheinlich irgendein übergeordnetes Ziel geben, was der Vertragspartner erreichen will. Also der will ja nicht nur Geld verdienen und irgendwas verkaufen, sondern da geht es noch um was Übergeordnetes. Der will irgendwie Wissen vermehren, der will die Umwelt schützen, der will, wie ich, harmonische Geschäftsbeziehungen herstellen. Der will sonst irgendwas und das schreiben Sie da einfach mal rein. Und dann hat der vielleicht der konkrete Vertragspartner, Ihr Ansprechpartner noch eigene, besondere Schwerpunkte, die er innerhalb dieses übergeordneten Ziels verfolgt. Dann hat er auch noch andere Sachen, auf die er besonders Wert legt, dass sie pünktlich sind, dass sie ehrlich sind, was weiß ich was. Und das ist eben gut, wenn Sie das aufschreiben, damit Sie sich später da wieder daran erinnern können und diese Leistung dann oder diese Art und Weise, wie sich der das wünscht, auch immer so erbringen können, dass es dem dann eben gefällt, mit Ihnen zu arbeiten. Weiter ist meine Idee, dass Sie diese Datenbank um weitere persönliche Merkmale erweitern, also zum Beispiel, welche Hobbys hat der Vertragspartner, welche Interessen verfolgt er sonst, welchen familiären Hintergrund hat er, wann hat er Geburtstag und so weiter. Dass Sie solche Sachen auch noch aufschreiben, wo macht er gerne Urlaub. Das ist jetzt natürlich vielleicht datenschutzrechtlich ein bisschen zweifelhaft, das kann man jetzt nicht ohne weiteres so machen. Dann müssen Sie dann aufpassen, dass die Datenschutzerklärung entsprechend gestaltet ist oder Sie trennen diese Aufzeichnung vom Geschäftsbetrieb und führen dann noch einfach eine private Aufzeichnung über das Ganze und dann sind Sie da wieder aus diesem DSGVO-Anwendungsbereich draußen. Wichtig ist es, dass wir eine langfristige und freundschaftliche Beziehung zu unseren Geschäftspartnern aufbauen. Je mehr Kontakte Sie haben, umso schwerer wird es, dass man sich diese ganzen Einzelheiten merkt. Da bringt man dann was durcheinander, man vergisst es, man hat vielleicht nicht ständig mit den Leuten zu tun, sondern das ist auch vielleicht mal eine Zeit dazwischen, innerhalb der man das dann halt wieder vergisst. Und es ist aber besser, wenn man das immer wieder in Erinnerung hat, weil wenn man das mal wirklich vergisst und man in ein Fettnäpfchen tritt, kann das halt als Desinteresse empfunden werden oder der fühlt sich verletzt und das ist dann vielleicht irgendwie geschäftsschädigend. Umgekehrt ist es dann geschäftsfördernd, wenn Sie solche Sachen wissen und da diesen Themen eben die nötige Aufmerksamkeit geben können. Dadurch entwickelt sich dann besser so eine freundschaftliche Beziehung zu Ihren Geschäftspartnern. Ich empfehle, solche Notizen gleich von Anfang anzuführen. Sie denken vielleicht am Anfang, ja bei meinen drei Kunden, da kann ich mir das ja merken oder das sind sowieso meine Freunde, aber das soll ja wachsen, Ihr Unternehmen und eben auf gute Art und Weise, dann würde ich raten, fangen Sie gleich an da so Notizen zu führen und das festzuhalten, damit auch von neuen Kunden Sie sich das dann gleich merken und sich das dann ebenso positiv weiterentwickelt. Ziel muss es sein, dass Sie von Ihren Top-Performern, also von Ihren Hauptkunden, von Ihren Hauptdienstleistern, Lieferanten und so weiter, immer auch nachts um drei wissen, wenn man sie weckt, dass Sie dann sofort diese ganzen Informationen parat haben. und deshalb ist es wahrscheinlich gut, wenn man diese Notizen, die Sie da führen, auch regelmäßig wiederholen, also dass Sie das immer wieder durchlesen, gelegentlich einmal in der Woche, einmal im Monat, wie oft auch immer, je nachdem wie umfangreich das ist und dass Sie da eben dann sich die Sachen besser merken können. So, ich werde auf dem Kanal jetzt noch weitere Videos posten zum Thema harmonische Geschäftsbeziehungen und auch AGB und Verträge. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren und das Video liken. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie es gerne unten in die Kommentare. Ich kann das vielleicht dann in späteren Videos noch berücksichtigen oder hier antworten. Schauen Sie in die Videos rein, vielleicht kennen Sie ein Thema schon, dann ist vielleicht trotzdem noch was Neues von mir dabei oder Sie schauen eben in die Videos, wo Sie das Gefühl haben, das ist vielleicht noch was Neues oder Interessantes. Und das komprimierte Wissen dazu finden Sie in dem E-Book, wozu Sie den Link unter dem Video finden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dann bis bald.